Ein kleiner Sieg für die gerechte Sache. Diese Kids heutzutage, was meinen die mit No-Scope? Es gibt Dinge, die nur eine Frau weiß. Küsschen, deine Diva. Dafür brauche ich keine Hex. Ein neuer Herausforderer. Ich spiele, um zu gewinnen. AFK. Eine ruhige Klinge ist das Ergebnis eines Geists im Einklang. Dieser Jinziori Shogun. Nimm doppelt Maß. Dann stoße einmal zu. Aus feiner Erkenntnis. Lerne Zehntausend. Alles ist im Fluss. Erinnere dich an diesen Augenblick. Ich tue, was ich muss. Bitte lächeln. Es sind die kleinen Dinge. Ganz was Feines. Kabum! Habt ihr Lust auf Barbecue? Leute, lauter! Ich kann euch nicht hören. Immer schön cool bleiben. Das ist ein Kandidat für jede Playlist. Wo ich bin, ist oben. Ich könnte das den ganzen Tag lang tun. Du kommst mir bekannt vor. Hab ich dich nicht schon mal abgeknallt? So wird das gemacht. Bist du fertig? Flossenhoch. Gesucht. Tod oder lebendig. Die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. Das war klasse. Autsch. Alles klar? Schön cool bleiben. Auf Eis gelegt. Gefällst du mir gleich besser. In Ordnung. Gut gemacht. Ich nehm dich unter meine Fittiche. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie fest tut es weh. Keine Angst. Die Frau Doktor ist da. Ich kann keine Wunder wirken. Naja, meistens nicht. Hart aber, Pharah. Auf Patrouillenflug. Fliegen wie ein Ägypter. Ich hab dich auf dem Radar. Tut mir leid, aber ich muss abdüsen. Stau mich nicht so an, wenn dir deine Augen lieb sind. Wenn es lebt. Kann ich es töten? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Haha. Alt aber, oho. Ist so Feige zum Kämpfer? Crusader-Rüstung online. Gute deutsche Wertarbeit. Heiligsblechle. Willkommen zur Apokalypse. Gewalt ist immer die beste Lösung. Leben ist Schmerz. Genau wie der Tod. Ich bin der Haken an der Sache. Ich hab's immer noch drauf. Ich bin der, der seinen Job versteht. Du musst der andere sein. Für dich immer noch, Sir. Riecht nach Sieg. Hast du jemanden in Overwatch gesprochen? Hatten wir vorhin schon? Ja! Ja, und zwar Sombra. Die neue, die jetzt rauskommt. Sombra. Ach krass. Mit spanischem, mexikanischem Akzent. Ich glaube, du hast keine Ahnung, mit wem du dich hier anlegst. Du bist nur ein Fehler in der Matrix. Du nimmst die Sache ganz schön ernst. Hack the Planet. Leg dich mit den Besten an und du stirbst wie alle dann. Alles verläuft nach Plan. Ich denke nicht. Ich werde dir zeigen, wo dein Platz ist. Warum fügst du dich nicht einfach? Punktgenau. Exquisit. Montageanleitung brauch ich nicht. Ihr macht aus der Feder einen Huhn. Lasst uns nicht das Schwein im Sack kaufen. Der Profi kann's eben besser. Zum letzten Mal. Ich bin Schwede. Alles klar. Habt ihr das gesehen? Ich hab alles unter Kontrolle. Cheers, Love. Die Kammerle ist da. Dir tut ein Timeout sicher gut. Hattest du auch gerade ein Déjà-vu? Regel Nummer eins. Die erste Kammer bleibt leer. Ein einziger Tod kann alles verändern. Wer sich mit mir einlässt, spielt mit seinem Leben. Oh la la. Hat hier jemand Erdnussbutter gesagt? Die Macht der Wissenschaft. Gib dem Affen keinen Zucker. Nein, danke. Ich möchte keine Banane. Ich bin Mütterchen Russland. Ich bin stark wie der russische Bär. Ich muss dich vernichten. Wetten, dass ich mehr stämme als du? Russische Methoden sind ökonomischer. Ob ich denke, kann ein U-Boot schwimmen. Das Leben besteht aus mehr als nur einer Reihe von Nullen und Einsen. Der Tod ist heute launisch. Der Tod. Untertitelung des ZDF, 2020